Abzweigung zur Hubertuskapelle und zur Hochscheibenalm. Abzweigung. 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 Steil auf Fahrt zu Hochscheibenalm. Bei der Hochscheibenalm links den Traktorweg hinauf nehmen. Das ist gut. Okay. Steil. Was ist das? Jetzt geht es nicht mehr weiter. Fahrrad temponieren und rechts den Wanderweg hinaufgehen. Ich glaube, das wäre ich nicht los. Wanderpfad zur Ensthaler Hütte. Wanderpfad zur Ensthaler Hütte Schlüsselstelle Steilstelle mit lockeren Steinen 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 Das war's für heute. Nach rechts ging er der Weg auf den Tarmischbach-Turm. Die Enstallerhütte. Das war's für heute. Abfahrt nach Hiflau. Das war's für heute. 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 In vielen Serpentinen geht es in Star. Applaus 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 Steinschlag gefährdete Umfahrung eines Tunnels. Atenção, um aeronave e um aeronave, um aeronave e um aeronave. Beim Parkplatz Wasserfallweg links abbiegen. Und noch einmal links fahren. Man kommt an einem schönen Biotop vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Strecke hat einige Bachmoränenquerungen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.